Wir erinnern die Bürger daran, dass die Reparaturen an vielen Brücken der Stadt andauern. Gut, dann hat er uns daran auch erinnert und damit herzlich willkommen zurück zu unserem Let's Play Assassin's Creed 2. Das letzte Mal sind wir hier stehen geblieben, als sich das Ganze aufgehangen hat. Das hat Gott sei Dank noch gespeichert. Also wir sind jetzt, das Einzige, was ich gesehen habe, das war im Prinzip eine Sequenz, wo neue Bereiche in Venedig nun beschreibbar sind. Und das war es auch schon. Also mehr hat sich da auch wirklich nicht getan. Das heißt, wir machen jetzt ganz normal da weiter, wo wir auch letztens aufgehört haben. Verpasst habt ihr und das garantiere ich euch nichts. So und jetzt wollen wir mal schauen. Jetzt gehen wir mal wieder zurück auf die Karte. Jetzt müssen wir uns auch mal einig werden, dass wir jetzt im nächsten Atemzug machen. Also die Festung, die hatten wir eingenommen gehabt. Und jetzt ist die Frage, was ist das denn hier? Das ist der Auftragsattentäter. Bisschen wir nach Vorlieg zu? Ach nee, hier. Guck mal an. Also hier drüben haben wir einen neuen Erinnerungsanfang. Und die Frage ist, wie machen wir das am besten? Gehen wir jetzt da oben rum? Gute Frage. Oder gehen wir erstmal hier unten? Ich würde eventuell hier unten lang gehen. Die Codex-Seite würde ich mir gerne mitnehmen. Denn was wir letztes Mal ja so mitbekommen haben, weil das durch die Entschlüsselung der Codex-Seite uns auch ein neuer Gesundheitspunkt gewährt wurde. Und dementsprechend ist für mich ein Gegenwert gegeben. Für das Einsammeln der Codex-Seiten. Und da kann man dann dem auch mal hinterherkommen. So, die Frage ist jetzt nur, wo hängt das Ding? Vermute mal, wir werden auf die... Na, nee, wir gehen lieber hier außen rum. Ich glaube nämlich, die ist genau hier unten unbewacht. Bäm, Junge. Tschuldigung. Ja, was rennt da auch direkt in meine Richtung? Was? Stinkende... Was? So. Soviel zur stinkenden Pestbeule. Und wie man übrigens sieht, ähm... Unser neuer Streitkolben, er macht sich schon ein bisschen bezahlt. Also der zusätzliche Schadenspunkt macht zumindest bei den, ähm... gut gerüsteten Streitkräften durchaus Sinn. Also wir sparen einiges an Aktivitäten. Und das finde ich tatsächlich gut so. Und der Kampf macht halt auch wieder ein kleines bisschen mehr Spaß, finde ich. Wie gesagt, ich bin immer ein Held... Äh, ein Held. Ich bin ein Held. Das kann man so stehen lassen. Brauche ich mich gar nicht zu korrigieren. Ne. Ähm, was wollte ich sagen? Ich bin jemand, der hält stumpfe Waffen sowieso für die bessere Art und Weise, äh, damit die Kampfkunst zu betreiben. Und, wie gesagt, Kriegshammer, Streitkolben. Es macht halt wesentlich mehr her. Außerdem ist auch der Sound in dem Spiel, was so, äh... Schläge mit stumpfen Gegenständen betrifft, sehr schön gemacht. Darum werden wir wahrscheinlich auch erstmal dabei bleiben. So, ich hoffe, der Bogenschütze ignoriert uns noch ein bisschen. Ah, das war knapp, aber er hat es noch gemacht. So, ein paar Aussichtspunkte nehmen wir natürlich noch mit, weil... Wir da auch noch nicht ganz so hinterher waren. Und das bietet uns ja immerhin... Was bietet uns das? Erstmal nichts weiter. Hm. Na gut. Stimmt, das war im ersten Teil. Wo wir damit auch Gesundheitspunkte aufbauen konnten. Gut, dann war es halt hier nicht. So, aber wir bekommen natürlich ein bisschen mehr mit, was jetzt... Hier... Hier noch zu sehen ist. Ähm... Ich will immer Luigi's Werkstatt sagen. Nee, ist natürlich nicht Luigi. Leonados Werkstatt wird jetzt auch wieder angezeigt, weil wir eine Codex-Seite mitgenommen haben. Aber wir laufen nicht wegen jeder einzelnen Codex-Seite zu Leonardo. Das machen wir dann. Wenn wir... Ein paar nebenbei mitgenommen haben. Sehr schön. Das habe ich mir spontan anders vorgestellt. Das heißt, wir werden doch oben über die Brücke gehen müssen. Ich vermute mal, das war die Rialto-Brücke, weil mich nicht alles hört. Ah, der Umweg ist ein bisschen belastend. Na gut. Aber wir kommen ja scheinbar nicht drum herum. Und wir hatten es halt so machen müssen. Schade. Das ist das Einzige, was wir jetzt dadurch gut gemacht haben. Äh, die Codex-Seite gewesen. Naja, gut. Es gibt Schlimmeres. Es gibt Schlimmeres. Aber wir wollen ja auch in der Story weiterkommen. Joa, wir sind die ganze Zeit am Ufer langlaufen. Können wir vielleicht hier ein bisschen... Ne. Ich dachte, da können wir irgendwie scharmant abkürzen. Aber das... Dem war ja dann wohl doch nicht so. Die Frage ist, ob wir halt auch zwischendurch zurück... Äh, machen sollten nach, ähm... Vorli. Ob das Sinn machen würde? Ich weiß es nicht. Ich schaue eben ganz kurz nochmal auf die Karte. Ah, das ist ein Assasin-Grab. Hier oben wird nichts weiter angezeigt. Ah, machen wir nochmal zurück. Wir haben aber jede Menge Geld in der letzten Folge ausgegeben. Das möchte ich eigentlich halbwegs wieder drin haben. Na, ich schau mal. Die Frage ist ja jetzt, ob wir, äh... Trotzdem noch über die Brücke kommen. Aber ich denke, das müssen wir eigentlich. Weil wir sind ja, als wir Venedig besucht haben... Waren wir doch schon mal auf der Rialto-Brücke. Die dürfte eigentlich nicht gesperrt sein. Okay, das sieht noch gut aus. Sieht immer noch gut aus. Ja, sieht gut aus. Sehr schön. Ein bisschen nervig, glaube ich. Umwehe gut, das gebe ich zu, aber... Ach, da sind wir doch alle voll entspannt. Wir haben ja diese elbische... Chill-out-Mocke im Hintergrund laufen. Ist entspannt. Gut, ist entspannt jetzt nicht, wenn ich drüber singe, aber... Ist entspannt. So. Ne, warte mal. Jetzt verfolge ich doch schon wieder unten diese Codex-Seite, die ich noch angeklickt hatte. Das ist, glaube ich, falsch. Ja, das ist falsch. So, wir wollen... Erst den Aussichtspunkt und, äh... Dann den Erinnerungsanfang, würde ich sagen. Und vielleicht eventuell danach gleich noch das Assassinen-Grab machen. Je nachdem. Wohin uns die, äh... Mission führt. Ja, mittlerweile wurde ja auch das neue Assassin's Creed vorgestellt. Und, äh... Dieses beinhaltet ja immerhin... Oh, Moment. Moment. Scheiße! Der Falsche. Also, was hat das zu bedeuten? Also, was hat das zu bedeuten? Also, so niedrig, dass ihr euren Augen... Kriegst du nur her! Es gab ja eben... 1500. Und 1500 sind genügend Geld, um ihn dann doch nochmal... Sehr gut. Ja, ja, ich hau... Ich hau doch schön ab. Ja, ja, ja. 500 ist doch eins okay. 500 ist okay. Das kann man so stehen lassen. Jetzt... Jetzt hör auf, den anzugucken. Ist doch weg jetzt, ja. Ist doch gut jetzt, ja. So. Muss man irgendwie gucken, dass wir hier wieder runterkommen. Hatten wir irgendwo hier unten Heuballen? Das sieht nicht so aus. Hm. Schade. Können wir über die Dächer... Na gut, dann können wir übrigens über die Dächer laufen. Das ist doch auch ganz charmant, würde ich sagen. So, und die Kirche... Ja, genau. Achso, sehr gut. Sehr gut. Das kommt uns auch entgegen. Da können wir nämlich den Adler... Beziehungsweise diesen... Das Falkennest von hier oben gleich... Synchronisieren. Haben uns tatsächlich sogar noch Wege spart. Geld verdient und Wege spart. Mensch. Wann schafft man das mal? So. Vermut mal, ja. Und beginn die Mission. Nix. Ich weiß, ich habe den Punkt jetzt gesehen, aber ich würde trotzdem gerne nochmal... Die... Ja, nee, es wurde nix. Wäre jetzt noch eine Codex-Seite freigeschaltet worden, dann hätte ich gesagt, ja, komm, mach mal aber so. So ähnlich. Wo ist Emilio? Ich sagte ihm, er soll kommen. Habt ihr es ihm gesagt? Persönlich? Ja, ich höre es persönlich. Ich fürchte, dass ihr mir nicht traut. Ich fürchte auch. Vielleicht kommt er mit den anderen. Gehen wir ein Stück. Gleich und gleich. Die Templer verfolgen, um ihr Treffen zu belauschen. Aber natürlich Le Mans. Also, wie geht's im Palast voran? Offen gesagt, schwer. Moschee Nico hält seinen Kreis geschlossen. Ich habe versucht, die Basis zu legen. Macht der Vorschläge. Aber er hört auf andere Stimmen. Dann müsst ihr härter arbeiten. Gelangt in seinen inneren Kreis. Sieh, das weiß ich. Aber es ist schwerer als erwartet. Und wie kommt das, Carlo? Ich weiß nicht. Es ist... Der Durche mag mich nicht. Warum das wohl? Es ist nicht mein Fehler. Ich versuche, ihm zu gefallen. Lerne, wonach es ihm verlangt und besorge es ihm. Die feinsten Konfitüren aus den Obstgärten Sardiniens. Die neuste Mode. Ja, das nennt man wohl einen Sykophanten. Einen was? Wie habt ihr mich genannt? Einen Schleimer. Schmeichel. Speichellecker. Muss ich fortfahren? Grüttern. Ihr wisst ja nicht, wie das ist. Ihr versteht nicht, unter welchem Druck ich stehe. Oh, ich verstehe nicht, was Druck ist. Nein, ihr habt keine Ahnung. Ihr seid Regierungsbeamter. Ich bin nur zwei Schritte vom Duschen entfernt. Ich bin bei ihm, Tag und Nacht. Ihr wünscht, ihr werdet dort, wo ich bin. Seid ihr fertig? Nein, und lasst mich ausreden. Ich schaff's. Wir können den Doge für unsere Sache gewinnen. Ich bin sicher. Ich brauche... Ich brauche nur mehr Zeit. Zeit ist wahrlich nichts, was wir im Überfluss haben. Jetzt bin ich mir nicht sicher, ob ich die nicht höre oder ob die tatsächlich nichts sagen. Meine Füße tun mir weh. Okay, alles klar. Die reden doch nicht weiter. Wir haben einen wirklichen sicheren Ort für die Schwäche wie dieses. Hm, das merkt man uns mal. Die Basilika hat tatsächlich hier noch eine Klüfe. Es ist nur die Frage, wie kommen wir jetzt hier runter? Einen Heuhaufen haben wir nicht. Zum Springen ist es ein bisschen zu hoch. Oder sieht jemand dort hinten noch einen Heuhaufen? Nee. Guten Morgen, Vetter. Signor Carlo? Wir dachten, Emilio sei bei dir. Emilio ist tot. Was? Wie? Der Assassine. Derselbe, der schon die Pazzi heimsuchte. Er ist hier in Venedig? So ist es. Silvio, wusstest du es nicht? Er könnte hier sein. Er könnte hier sein und wir würden es nicht mal merken. Er erwischte Emilio in seinem eigenen Palazzo. Und nun? Was wird aus dem Plan? Wir haben keine Zeit mehr für Subtilitäten, meine Brüder. Wir müssen jetzt handeln. Aber Marco, ich bin so nah. Nur ein paar Tage, wenn ich... Nein. Es passiert diese Woche. Bleiben wir in Bewegung. Und was hat der Spanier zu dieser Planänderung zu sagen? Das kannst du ihn schon bald selber fragen. Er ist hier? Pass auf. So sagt man. Nein. Ach, Mensch. Auf der einen Seite versuchst du dich immer zu konzentrieren, dass du dieses Gespräch mitbekommst. Auf der anderen Seite hilft das halt nicht, die Konzentration aufrecht zu erhalten und dann halt über diese... Und was hat der Spanier zu dieser Planänderung zu sagen? Das kannst du ihn schon bald selber fragen. ...über diese Fassaden da halt zu klettern. Er ist hier? Aus Rom? So, also Borgia ist da. Gut, dann hat er sich vielleicht entschieden. Wofür entschieden, Vetter? Wer von uns die Robe des Duschens überstreift. Der Vetter. Ich wusste nicht, dass das zur Debatte steht. Die richtige Wahl ist für alle offensichtlich. Offensichtlich, ja. Es sollte der sein, der die ganze Operation organisierte. Der Mann, der die Idee hatte, wie diese Stadt zu retten ist. Oh, jetzt muss ich... Jetzt muss ich mich ein bisschen beeilen. Aber Weisheit macht den Herrscher auf. Dass ich die auch noch sehe, muss ich die töten? Vergiss das nur nicht. Kälmer, kälmer, Michi. Okay. Ich müsste sie anscheinend doch nicht töten. Okay, aber die hatten doch rote Fadenkreuze. Kennt man doch aus Ego-Shootern. Ist das Fadenkreuz rot? Solltest du am besten schießen. Und was hat der Spanier zu dieser Planänderung zu sagen? Ja, gut, dann eben nicht. Er ist hier? Aus Rom? Ja. So sagt man. Jetzt läuft natürlich eine Wiederholung, aber das... Da müssen wir jetzt durch. Aber ich würde sagen, ich laufe, eben wie wir es gerade auch schon gemacht haben, wieder über die Fassade. Das halte ich, glaube ich, für ganz sinnvoll. Und sie sind an den Wachen vorbei. So, du dummer Musikant, versuch da mal hinterher zu kommen. Der Wachen bei der Fadenkreuze. 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 Der Wachen bei der Fadenkreuze.